Pünktlich fangen wir an mit einem schönen guten Tag. Toll, dass Sie die Zeit haben, sich hier einzuklinken und zuzuschauen und dann auch Ihre Fragen schon auch während des Vortrages von Frau Peller zu stellen. Mich kennen die meisten ja sicherlich. Ich bin seit über 50 Jahren mit der handliegenden Forschung befasst und seit über 40 Jahren auch mit der Betreuung von Patienten und Familien. Nervenarzt meiner Profession und ein abgebrochenes Psychologiestudium habe ich nach dem Vordiplom leider aus Zeitmangel nicht mehr beenden können. Und mit mir ist eine sehr erfahrene Neuropsychologin am Start, die mit mir gemeinsam im Reha-Zentrum in Dienstlagen arbeitet und vielen Huntington-Kranken mit ihrem Know-how über die kognitiven Einschränkungen und die Therapiemöglichkeiten hat helfen können. Sie stellt sich gleich aber noch genau vor. Genau. Und ich werde jetzt einmal meinen Bildschirm teilen. Dann starten wir auch die Präsentation. Ja. Genau. Das ist das Thema. Zunächst, was uns erwartet. Ich werde erst mal, wie Dr. Lange gerade schon gesagt hat, eine kurze Vorstellung, wer ich bin. Dann wird Dr. Lange kurz auf die neuronalen, möglichen neuronalen Ursachen von vielleicht kognitiven Schwierigkeiten bei der Huntington-Krankheit eingehen. Ich werde in Bezug auf kognitive Fähigkeiten einen kleinen Überblick geben, auch wie diese gemessen werden können und mögliche Auswirkungen des Ganzen. Und dann, was Training bewirken kann. Meine eigenen Erfahrungen aus dem Rahmen der neurologischen Rehabilitation. Und zum Schluss Trainingsmöglichkeiten, was man auch selbst tun kann, um seine kognitiven Fähigkeiten zu stabilisieren, vielleicht auch sogar auszubauen und zu stärken. Grundsätzlich zu meiner Person. Mein Name ist Rebecca Peller. Ich bin 38 Jahre alt. Ich habe einen Abschluss als Diplom-Psychologin. Und seit 2019 arbeite ich in der Diagnostik und Therapie sowie in der psychologischen Beratung in einer ambulanten neurologischen Reha. Gerne schon mal die nächste Folie zeigen. Da übergebe ich jetzt an Herrn Dr. Lange, wo es um mögliche Ursachen kognitiver Schwierigkeiten bei der Huntington-Krankheit geht. Da sehe ich noch Ihren Startbildschirm. Da müssen Sie Ihre Präsentation einmal auf die Folie 4, glaube ich, bei Ihnen. Ja, das ist bei mir der Fall. Ich beende das noch mal. Ja. Und werde das jetzt noch mal teilen. Ja, das ist so eine Gesamtübersicht, wo sich im Gehirn was verändert. Und insbesondere ist ja für die Neuropsychologie von Wichtigkeit, dass in der Hirnrinde sich was verändert. Und die Hirnrinde schrumpft insgesamt mit dem lateinischen Namen Cortex, da im Diagramm zu sehen, um 15 Prozent. Das heißt, da gibt es sicherlich Gründe, warum das Gehirn nicht mehr so rund läuft, wie es im gesunden Zustand geleistet hat. Das nächste dann noch mal, bitte. Hier sehen wir die Verteilung der Schrumpfungen im Bereich der Hirnrinde. Und das ist durchaus nicht gleichförmig, sondern das hat einen Schwerpunkt in den hinteren Anteilen des Gehirns. Das, vielleicht sieht man meine Maus, wenn ich da rumfahre, das sind die hinteren Anteile des Gehirns. Dort, wo die ganzen Informationen von den Augen, von den Ohren, aus der Körperoberfläche und aus der inneren Körperoberfläche ankommen, das findet alles in der hinteren Teil des Gehirns, seine primäre Aufarbeitung und Verarbeitung. Und von hier werden die Signale dann an den Stirnhirnbereich weitergeleitet. Da ist jetzt leicht erklärbar, wenn in dem Bereich die Aufnahme und Verarbeitung der Informationen beeinträchtigt ist, dann können ja nur beeinträchtigte Signale an den Stirnhirnbereich kommen, der wiederum unser Verhalten steuert, sowohl die Motorik, was wir denken und wie wir sprechen und wie wir uns auch motorisch verhalten. Das ist also die neuronale Erklärung, warum es mit der Kognition, mit den geistigen Fähigkeiten durchaus Probleme geben kann. Soweit zu mir. Wunderbar. Ich habe zunächst mal so einen kleinen Überblick, was kognitive Fähigkeiten überhaupt sind und was sie bedeuten. So ein bisschen alltagsnah. Zunächst die Wahrnehmung. Das, was Dr. Lange gerade schon gesagt hat, wir nehmen Reizer aus der Umwelt wahr, erkennen sie und interpretieren diese auch. Dazu gehören unsere fünf Sinne. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten. Dazu gehören so Fragen wie, wo bin ich gerade? Was geht überhaupt um mich herum vor? Der nächste Punkt ist die Aufmerksamkeit. Da geht es darum, sich auf bestimmte Reize oder Informationen zu konzentrieren. In Gesprächen zum Beispiel, wer redet überhaupt gerade? Im Alltag, wenn ich unterwegs bin, die Frage, ist die Ampel grün oder rot? Gut, da muss ich meine Aufmerksamkeit ganz klar auf diese Ampel lenken und das auch erkennen. Die Konzentrationsfähigkeit, da geht es darum, sich über einen längeren Zeitraum hinweg zu fokussieren, fokussiert zu bleiben, einem Gespräch zu folgen, einem Vortrag zu hören, ein Buch oder einen Artikel zu lesen, sind so Alltagsbeispiele. Die Informationsverarbeitung, da geht es darum, Informationen effizient zu verarbeiten. Das bedeutet, nicht zu viele auf einmal und möglichst schnell auch auf Informationen zu reagieren und auch Details zu extrahieren. In Gesprächen so, die Mimik, aber auch die Frage, was steht überhaupt in diesem Zeitungsartikel, den ich gerade lese? Was will uns vielleicht der oder die Vortragende gerade damit sagen, was sie gerade kommuniziert? Dann gibt es noch das Gedächtnis. Das Gedächtnis ist dafür da, Informationen abzuspeichern, zu behalten und auch wieder abzurufen, weil wenn was gespeichert ist und ich gar nicht mehr drankomme, bringt mir mein Gedächtnis wenig. Das Kurzzeitgedächtnis sagt uns, was ich jetzt gerade hier mache, was um mich herum vorgeht, worum es vielleicht in dem Gespräch gerade geht. Das Langzeitgedächtnis führt neue und alte Informationen zusammen. Das sind dann so Momente, wo wir uns denken, ah, davon habe ich schon mal gehört. Die Lernfähigkeit an sich beschreibt, dass wir aus Erfahrungen lernen können und auch neue Informationen in die alten integrieren können. Beim nächsten Gespräch zum Beispiel auf vorhergesagtes Eingehen, wenn ich eine bekannte Person treffe und frage, wie war das Konzert, von dem du letztens erzählt hast, wo du hingehen wolltest. Wegbeschreibungen behalten und auch nutzen. Die Problemerkennung, da geht es darum, potenzielle Probleme oder Herausforderungen zu identifizieren. Im Alltag sowas wie, hm, die Ampel ist noch grün. Es könnte sein, dass sie auf rot umspringt, wenn ich jetzt starte, weil sie schon länger grün ist. Und die Problemlösung, dass ich die Herausforderung, vor der ich gerade stehe, analysiere und eine möglichst effektive Lösung finde. Wie zum Beispiel, hm, okay, die Ampel könnte auf rot umspringen, der Bus kommt aber laut Plan erst in vier Minuten, also habe ich noch Zeit, die nächste Grünphase abzuwarten. Das logische Denken, da geht es um logisches Schlussfolger, um rationale Entscheidungen. Das Bild hängt vielleicht schief an der Wand. Bevor ich den Nagel herausziehe und versuche, das Bild so zu bewegen, dass es gerade hängt, muss ich das ja erst mal erkennen, dass es überhaupt ein Problem ist. Und ein zweites Problem oder ein zweites Beispiel dafür ist, ich stelle die Gerichte, die kühl gelagert werden sollen, erst kurz bevor der Besuch eintrifft aus dem Kühlschrank und nicht schon morgens um acht, wenn ich gerade das erste Mal den Kühlschrank öffne. Es ist ja logisch, weil die würden dann ja warm werden über den Tag. Dann haben wir noch die Sprachverarbeitung, gesprochene oder auch geschriebene Sprache verstehen und verwenden. Ganz klar im Alltag, das Lesen, das Erzählen, Gespräche zu führen gehört dazu. Das räumliche Denken, räumliche Beziehungen zwischen Objekten verstehen und auch manipulieren. Das bedeutet immer, ich verändere etwas, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Beispielsweise den Einkaufswagen, den ich schiebe, durch enge Gänge zu schieben und nicht unbedingt da stehen zu bleiben, wo man im Weg steht. Und Kreativität, das ist auch eine kognitive Fähigkeit, originelle und innovative Ideen zu generieren, hervorzurufen. Geschichten und Witze erzählen, musizieren, malen, all sowas gehört dazu. Die nächste Folie ist nochmal ein kurzer Überblick dazu, den lasse ich einmal ein bisschen stehen. Es gibt viele, viele kognitive Fähigkeiten, die zusammengesetzt uns dazu befähigen, gut durch den Alltag zu kommen. Um zu sehen, dass vielleicht irgendwas gerade nicht ganz so gut funktioniert, muss man aus psychologischer, neuropsychologischer Sicht das Ganze irgendwie messbar machen. Wir müssen ja Vergleiche ziehen können. Und da gibt es verschiedene Tests, die immer im Vergleich mit ganz vielen anderen Personen oder vielleicht, wenn ich vorher schon einen Test gemacht habe, mit meinen früheren Leistungen mögliche Unterschiede und auch Verschlechterungen darstellen können. Aufmerksamkeits- und Konzentrationstests, da geht es darum, die Reaktionsfähigkeit oder auch spezifische Aufmerksamkeitsfunktionen zu testen. Über längere Zeit kann auch sowas wie eine Belastungserprobung erfolgen, dass ich mir mehrere Stunden Zeit nehme und versuche konzentriert zu arbeiten. Gedächtnistests zielen auf unterschiedliche Arten des Gedächtnisses ab. Das Kurzzeitgedächtnis, die kurzfristige Merkfähigkeit, das Alltagsgedächtnis und auch die längerfristige Lern- und Merkfähigkeit. Dann gibt es noch Tests zur Problemlösefähigkeit, wo komplexe Probleme dargeboten werden. Tests zu spezifischen Informationsverarbeitungsprozessen, wie räumliches Denken, aber auch sowas wie Wortfindung, sprachliches Verständnis und das, was man so allgemein kennt, allgemeine Intelligenztests, wo so ganz viele Dinge überprüft werden und diese Intelligenz, was ein ganz großes Konstrukt ist und ganz kompliziert zu erklären, überprüft. Mögliche Auswirkungen von Erkrankungen, auch der Huntington-Erkrankung, was ich im Rahmen der Reha öfters auch schon erlebt habe, sind Auswirkungen auf die Aufmerksamkeit und Konzentration. Zum Beispiel eine verringerte konzentrative Belastbarkeit über längere Zeit, dass es schwerfällt, sich über längere Zeit zu fokussieren, zu konzentrieren. Eine Verlangsamung der Reaktion, die teilweise durch vielleicht motorische Probleme zu begründen ist, aber teilweise auch durch, ja, die, was Dr. Lange erklärt hat, diese längere Wahrnehmungszeit, die unser Kopf braucht. Schwierigkeiten in der Verarbeitung mehrerer Informationen. Hören, sehen gleichzeitig. Ein Beispiel dafür ist auch, über unebenes Gelände gehen und sich gleichzeitig dabei unterhalten. Das ist schon ein sehr komplexer Vorgang, wo ganz viele Arten von Informationen verarbeitet und genutzt werden müssen. In Bezug auf das Gedächtnis können Probleme auftreten mit der kurzfristigen und auch der langfristigen Merkfähigkeit. Im Alltag merkt man das vielleicht durch Fragen, was wollte ich jetzt nochmal hier? Ich gehe irgendwo hin, habe einen ganz klaren Plan und stehe dann da und habe irgendwie nicht mehr im Kopf, was ich eigentlich wollte. Auch Namen, wie hieß er oder sie nochmal? Informationen aus dem Langzeitgedächtnis, die dann eventuell gerade nicht mehr abrufbar sind. Auch Lernschwierigkeiten bei neuen Informationen, wenn ich merke, ich möchte mir das jetzt unbedingt merken, das ist eine interessante Information aus diesem Artikel und ich muss den vielleicht fünf oder sechs Mal durchlesen, um mir diese Informationen wirklich zu merken. Probleme mit der Problemlösefähigkeit können auftreten. Es kann sein, dass ich schwierige und komplexe neue Probleme vielleicht gar nicht gelöst bekomme oder vielleicht einfach viel länger dafür brauche, überhaupt einen Lösungsansatz zu finden. Und auch die spezifische Informationsbearbeitung kann betroffen sein in Bezug auf Wortfindungsschwierigkeiten, Verständnisprobleme bei komplexen Informationen, dieses Sprach- und Instruktionsverständnis beispielsweise. Training kann viel bewirken. Im Rahmen der Reha habe ich und meine Kolleginnen auch festgestellt, dass in vielen Bereichen gute Erfolge erzielt werden können, auch in relativ kurzer Zeit, auch in einigen Wochen nur. In Bezug auf die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit kann die konzentrative Belastbarkeit gesteigert werden. Dass es mir vielleicht am Anfang sehr schwer fällt, mich über eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde hinweg zu konzentrieren und nach einigen Wochen merke ich, das geht schon ganz gut, ich könnte noch ein bisschen. Auch die Steigerung der Reaktionsfähigkeit an sich auf verschiedene Arten von Reizen stellen wir immer wieder fest und die Verbesserung der Informationsverarbeitung, wenn es um verschiedene Arten und auch um komplexe Informationen geht. In Bezug auf das Gedächtnis kann eine Verbesserung der kurzfristigen Merkfähigkeit passieren, was auch im Alltag spürbar ist, dass man einfach weniger zwischendurch vergisst, weniger, ich sage mal, hinten überfällt und man kann vor allem in Bezug auf Gedächtnistraining Strategien für sich selber entwickeln und auch in den Alltag integrieren. Die Problemlösefähigkeit kann auch klar verbessert werden, da sieht man auch unglaublich gute Fortschritte oft und bei der spezifischen Informationsverarbeitung kann es zur Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen, aber auch zu einem besseren Verständnis verbaler Informationen beim Lesen und beim Zuhören kommen. Das sind so ganz konkrete Bereiche, in denen wir immer wieder gute Fortschritte und gute Erfolge feststellen. Im Rahmen einer Rehabilitationsmaßnahme bieten wir Einzeltraining, aber oft auch Gruppentraining. Entweder ist es PC-gestützt, auf dem Papier oder auch in Interaktion miteinander. Möglichst tägliches Training versuchen wir dadurch, dass wir immer relativ wenig Zeit haben, im Rahmen der Reha einzubinden. Wir versuchen, eine engmaschige Betreuung zu ermöglichen, teilweise auch im Eigentraining, dass man selber dafür zuständig ist, aber in regelmäßigen Absprachen mit meinen Kolleginnen und mir. Wir verwenden verschiedene Programme. Beispiele sind Rehacom, Cockpack ist auch so ein Programm und verschiedene Therapiemanuale, die sind für Gesundheitszentren, Reha-Maßnahmen ganz gut geeignet. Ich möchte Ihnen aber insbesondere heute einige Möglichkeiten des Trainings vorstellen, die nicht wie diese Programme Geld kosten und sehr aufwendig sind, sondern ich werde Ihnen jetzt verschiedene Apps, Internetseiten, Spiele und Möglichkeiten auch im Alltag das Kognitive zu trainieren vorstellen, die nicht viel Aufwand bedeuten, was ich immer ganz wichtig finde und auch möglichst keine Kosten verursachen. So als Hinweis noch, alles was ich hier vorstelle, alle Bilder, die ich zeige aus diesen verschiedenen Apps, da habe ich mich mit den Entwicklern beziehungsweise mit den Anbietern abgesprochen, dass ich die alle präsentieren und empfehlen darf. Die erste Trainingsmöglichkeit ist eine Internetseite und auch App, die heißt MS Kognition. Das ist ein Projekt, was von der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft ins Leben gerufen wurde, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kostenträgern unter wissenschaftlicher Begleitung. Die beinhaltet Informationen zur MS-Erkrankung, aber die Übungen sind so aufgebaut, dass sie grundsätzlich die kognitiven Fähigkeiten steigern und fördern und dementsprechend auch genutzt werden können, wenn man nicht von dieser Erkrankung betroffen ist. Die Aufmerksamkeit, das Gedächtnis und exekutive Funktionen werden hier angesprochen. Die Nutzung ist kostenfrei, ohne Werbung und hier ist auch keine Anmeldung notwendig. Das ist so ein Beispiel, ein Screenshot von der Internetseite, welche Übungen aktuell da angeboten werden. Die werden teilweise auch aktualisiert und unten sehen Sie die Internetseite, die man aufrufen kann, um auf diese Seite zu kommen. Und das ist noch eine Beispielübung, wo es um das Kurzzeitgedächtnis geht und das Arbeitsgedächtnis. Da muss man schauen, welche, also man muss sich Karten merken und immer sagen, stimmt die vorletzte Karte mit der jetzigen Karte überein. Die nächste Trainingsmöglichkeit ist eine Internetseite und auch als App verfügbar von Mental Aktiv. Der Sponsor hier ist Thebonin, das ist ein Medikament, was man vielleicht schon mal aus der Werbung gehört hat. Hier gibt es Informationen zu kognitiven Fähigkeiten, man kann hier sogenannte Leistungstests durchführen, sich auch mal vergleichen, was ich auch immer ganz spannend finde. Es gibt Übungen zur Logik, zur Konzentration, zum Gedächtnis, auch für sprachliche Fähigkeiten und wenn man Drucker zur Verfügung hat, kann man sich auch so Übungshefte downloaden. Das ist auch alles kostenfrei und ohne Werbung, die Werbung haben wir ja schon beim Sponsor selbst, aber hier ist eine Anmeldung per E-Mail empfehlenswert, das habe ich gemacht, meine Kolleginnen auch, wurden bisher nur willkommen geheißen und haben sonst nichts von denen gehört. Das empfehle ich, weil man dann alle Übungen und alle Levels auch freigeschaltet hat. Das ist die Internetseite, da sehen Sie den Link und ein Beispiel Screenshot, wenn man auf die Seite kommt, wird man begrüßt und das ist so eine Beispiel Übung, wo es auch um das Kurzzeitgedächtnis geht, da sieht man verschiedene Muster, für die man einige Zeit hat, sich die einzuprägen und hinterher soll man dann sagen, wo war gerade welches Bild. Eine ganz nette kurzfristige Übung, die Übungen sind die letzte Möglichkeit als App ist eine Möglichkeit, die relativ neu ist. Neuronation oder Neuronation ist ein Unternehmen, was es schon länger gibt. Die haben jetzt eine App auf den Markt gebracht, auch unter wissenschaftlicher Begleitung, die budgetneutral durch Ärzte zu verschreiben ist. Das bedeutet, die ist auch für den oder die Patientin kostenfrei. Hier gibt es Leistungstests, Übungen zu schlussfolgendem Denken, zur Geschwindigkeit, das ist grundsätzlich die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis. Ganz individuelles Training wird hier zusammengestellt, je nach Problemen, die sich zeigen. Es gibt zu jeder Übung Informationen zur Alltagsrelevanz, wofür brauche ich das überhaupt? Es gibt so eine Funktion wie den sogenannten Neurobooster, wo man dann teilweise Achtsamkeits- oder Atemübungen präsentiert bekommt. Das kann man alles individuell einstellen. Wie schon erwähnt, die App ist budgetneutral zu verschreiben bei einer bestimmten Diagnose, und zwar bei der Diagnose F06.7. Das ist aus diesem ICD-Code, die International Classification of Disease, die Ärzte nutzen, um Krankheiten zu verschlüsseln. Und diese Diagnose steht für die sogenannte leichte kognitive Störung. Das ist eine kognitive Störung, die nicht unbedingt alltagsrelevant sein muss. Das bedeutet, Personen, die darunter leiden, können ihren Alltag ganz gut bewältigen. Es zeigt sich aber unter anderem, wie ich gerade schon vorgestellt habe, in Tests, dass da vielleicht kleine Probleme vorhanden sind. Die App ist TÜV-zertifiziert vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geprüft und zugelassen. Steht so auf der Internetseite, habe ich auch so in meinen Fortbildungen vom Unternehmen selber mitbekommen. Das ist nochmal eine kleine, wieder kleine Screenshots. So erhalten Sie Neuronation Med. Auf der Internetseite wird das sehr gut erklärt. und so ein paar Beispiele, wie die App auf dem Telefon aussieht. Es gibt aber auch noch andere Trainingsmöglichkeiten, die nicht online sind. Wenn man jetzt nicht so ein Freund davon ist, sich an den Computer zu setzen, gibt es die Möglichkeit auch, auf dem Papier zu trainieren. Hier habe ich Ihnen so ein paar Beispiele dargestellt. Einmal Zahlenbilder, wo man Zahlen verbindet, Labyrinthe, Wortsuchspiele, Unterschiede finden. Sudoku ist auch eine gute Möglichkeit. Genau. Und dann habe ich Ihnen auf der nächsten Seite nochmal einige Internetseiten zusammengestellt, wo es diese Vorlagen umsonst gibt. Die kann man sich runterladen, selber ausdrucken und das finde ich immer ganz interessant. Man muss sich nicht für viel Geld große Literatur kaufen, sondern diese Übungen, die Sie gerade gesehen haben, gibt es auf den Internetseiten, die hier abgebildet sind. Genau. Spiele sind grundsätzlich auch eine tolle Möglichkeit, seine kognitiven Fähigkeiten zu trainieren. Hier habe ich einfach mal so ein paar Spiele Anbieter dargestellt. Smart Games ist zum Beispiel ein Anbieter, die sind spezialisiert auf so Denkspielchen, Problemlöse Spiele, wird oft in der Therapie genutzt, aber auch ganz viele bekannte Schmittspiele, Moses, Kosmos, Ravensburger, Pegasus, alles was es gibt, da gibt es noch ganz ganz viele mehr als Ideen, Gesellschaftsspiele, andere Menschen, mit denen man spielt, sind ja auch immer eine super Informationsquelle und ganz komplex und können einen vielleicht noch so ein bisschen, ja den eigenen Ehrgeiz vielleicht auch noch so ein bisschen wecken. Soziale Kontakte, Hobbys und Sport, das sind auch Dinge, die man in den Alltag einbinden sollte. Ich habe gerade schon gesagt, andere Menschen sind eine riesengroße Informationsquelle, wir sind alle ganz komplex, wir haben ganz viele Informationen, allein das, was sie von mir heute sehen, bietet ihnen ganz viele Informationen, meine Mimik, teilweise meine Gestik, wenn man meine Hände sieht, meine Stimme, das, was ich sage, der Hintergrund ist jetzt nicht so aussagekräftig, aber alles, was so andere Menschen für uns bieten, ist schon eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, unsere Informationsverarbeitung zu schulen, deswegen sind soziale Kontakte, Gespräche mit anderen immer gut und wichtig. Hobbys können ganz unterschiedlich sein, Hobbys können kreativ sein, Hobbys können sein, dass ich nur für mich selber Informationen erarbeite, lese, Sport kann natürlich auch ein Hobby sein, Sport wirkt sich auch immer positiv aus, auf den Körper, aber auch auf den Kopf, das hängt ja einfach beides zusammen und beides unterstützt sich gegenseitig, deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, einfach aktiv zu sein, aktiv zu bleiben oder wieder aktiv zu werden, um auch die kognitiven Fähigkeiten aufrecht zu halten und vielleicht sogar zu steigern, wenn ich Probleme damit bemerke. So, jetzt kommt der Fragenteil, ich werde jetzt einmal das Teilen beenden, dann sehe ich gegebenenfalls auch Fragen, die vielleicht im Chat gestellt wurden, nicht erschrecken, die Präsentation wird jetzt beendet. So. Und ja, ganz, ganz weit gespannt und sehr, aber aufs Thema fokussiert, toll, ganz toll, da werden wir natürlich uns freuen, dass das auch dauerhaft abrufbar ist, die Information, dass das keiner jetzt hat mitschreiben müssen, sondern die Apps jederzeit dann anklicken kann, sagt, ah, prima, per Copy and Paste gehe ich mir die App genau noch ansehen und der gute Trick über den Hausarzt oder die Hausärztin die Verordnung für No Relation zu bekommen, ist sehr wertvoll. Manchmal muss da dem Arzt beigebracht werden, aber der kann, wenn er Fragen hat, auch mich oder Frau Peller anrufen und dann erklären ihm, dass er nicht das eigene Budget mit strapaziert. Definitiv. sehr gut. Ja, dann sind wir mal auf Fragen gespannt. So, es gab ein paar kleine technische Probleme bei einem der Zuschauer, aber hoffentlich behoben, im Notfall dann einfach Mitte der Woche auf die Aufzeichnung gucken, dass sie die Folien, die vielleicht nicht gut sichtbar waren, dann nochmal sich anschauen können. Eine Idee wäre auch, die Präsentation an sich als PDF zur Verfügung zu stellen. Genau. Da muss man nicht im Video hin und her suchen. Genau, das werden wir Alina bitten, das dann am Montag dann auch in Angriff zu nehmen und die PDF-Datei können Sie dann aus dem Powerpoint leicht erstellen per Export und dann der Alina zur Verfügung stellen. Dann kann sie das ganz schnell dahin stellen. Ja, ich habe auch noch mir erlaubt auf ein gutes Angebot für Parkinson-Kranke hinzuweisen. Die haben nämlich auch begriffen, dass die Parkinson-Krankheit durch Sport auch gebremst werden kann. Wer sich fit hält, auch körperlich fit hält, der ist gar im Vorteil und wenn man das kombiniert macht, körperliche und geistige Fitness zu trainieren, der wird also viel länger alltagsrelevante Probleme viel leichter und besser lösen können, als wenn man da resignativ den Tag verstreichen lässt, ohne für sich und seiner Gesundheit was aktiv getan zu haben. Genau. Eine Frage von Matthias. Solche Reha-Maßnahmen gäbe es in Dienstlagen, haben wir das richtig verstanden? Ja, genau. Da gibt es ein ambulantes Reha-Zentrum, in dem ich aktuell arbeite, deswegen habe ich es auch als Beispiel genutzt. Mit anderen Reha-Einrichtungen kenne ich mich leider nicht so gut aus. Dann kommt die Frage, ob man die kognitive Leistung mit Nahrungsergänzungsmitteln unterstützen kann. Das ist eine ergänzende Maßnahme. Wer im chronischen Stress lebt und sein Gehirn nicht ständig in einem Bereich stimuliert, der nicht in die Überforderung gerät, macht schon mal die wesentliche Therapie für das Gehirn. Wenn man dazu noch Naturstoffe nimmt, die das Gehirn braucht, um sich jede Nacht zu reparieren, kann man hoffen, dass dann dieser Trainingseffekt, den man über Tag entwickelt hat, durch die nächtlichen Reparaturarbeiten am Gehirn, unterstützt durch Naturstoffe, noch effektiver funktionieren. Aber nur Naturstoffe zu nehmen und nichts für seinen Kopf aktiv zu tun, das ist rausgeworfenes Geld. Die Basis ist das aktive Tun für Geist und Körper und dann kann man sagen, okay, ich weiß, wie dringend die Reparaturen am Gehirn sind, auch im Normalzustand, jede Nacht muss das Gehirn im Tiefschlaf repariert werden, weil das eine Maschine ist, die rund um die Uhr läuft, da müssen immer Reparaturen stattfinden und das kann man unterstützen, indem die Naturstoffe, da gibt es auch eine Datenbasis dazu, das sind Naturstoffe, die in Einzeltestverfahren schon als hilfreich geprüft wurden, nur ein einzelnes Vitamin E oder Vitamin C alleine wird gar nichts nützen. Man wird sicherlich eine komplexe naturstoffbasierte Therapie brauchen, um den vielfältigen Wirkungen des Gehirns und der Mutation gerecht zu werden, um die möglichst klein zu halten in den Auswirkungen. Tipps für Radio, TV-Sendungen, Podcasts und Bücher, das kann ich gerne nachreichen. Ich habe mich jetzt erstmal auf das aktive Training konzentriert. In einzelnen dieser Apps und auch auf den Internetseiten gibt es schon gute Informationen in Bezug auf kognitive Fähigkeiten und verschiedene Möglichkeiten des Trainings. Aber ich werde mich da auch nochmal hinsetzen und werde der Alina dann auch nochmal Informationen zur Verfügung stellen, dass das dann gegebenenfalls noch hinten drangehängt wird. Das ist ein guter Hinweis. Ich werde mich darum kümmern. Dann ist noch eine sehr spezifische Frage von einer Psychologin, wenn ich das richtig lese. da würde ich darum bitten, dass die Psychologin Frau Peller oder mich direkt anschreibt, damit wir den konkreten Fall auch ganz konkret besprechen können. Das kann auch gerne bei mir am Wochenende passieren, sonst Frau Peller ist sicherlich dann auch für E-Mails erreichbar. Haben wir Ihre E-Mail-Adresse schon nochmal vielleicht im Chat? Ich kann die gleich in den Chat reinschreiben. Prima, genau. Meine E-Mail-Adresse ist ja den meisten bekannt oder auch im Huntington-Kurier jederzeit nachzulesen oder auf der Webseite, aber auch für dringende Fragen gibt es ja mein Funktelefon, auch da stehen die Kontakte ja auch auf der Webseite der Deutschen Huntington-Hilfe. Ja, Entspannungstechniken, das ist meine E-Mail-Adresse, schreiben Sie mir gerne. Entspannungstechniken, ganz, ganz wichtig. Viele von Ihnen werden ja Professor Frohböse von der Sporthochschule in Köln kennen, der tritt ja oft auch in Gesundheitssendungen im Fernsehen auf und der hat sowohl ein Institut für Spitzensport und ein Institut für Rehabilitation an der Sporthochschule Köln. Und was sagt er den Spitzensportlern und den Rehabilitanten gleichermaßen? Die Pause bringt den Erfolg. Wer pausenlos macht, der schafft sich nachher ins Abseits. Das wird nicht funktionieren. Weder im Spitzensport, wenn man sich übertrainiert, läuft man wieder hinterher. Wenn man in der Reha auch keine Pausen macht, wird der Reha-Erfolg schlechter sein und später erst eintreten, als wenn man mit Pausen sich aktiviert. Das ist das A und O des Erfolges. Deswegen sind so intervallartige Belastungen in Herz, Kreislauf, Stoffwechsel und für das Gehirn das Richtige. Machen Sie Pause, wann immer Ihnen das Körper, insbesondere der Kopf sagt, ich brauche Pause, nehmen Sie sich die Pausen. Da ist noch eine Frage. Inwiefern ist Musik hilfreich, also nicht nur selbst lernen oder spielen, sondern auch Konserven hören, beziehungsweise live hören. Wenn wir Musik live hören, sind wir schon wieder in dem Bereich, dass wir notgedrungen soziale Kontakte pflegen müssen, um sie live zu hören. Selten hat man ja ein Konzert für sich. Deswegen ist das auf jeden Fall immer eine gute Idee, auch für die Stimmung, das Stressmanagement, ist es auch super auf Konzerte zu gehen, man hat Spaß, das ist auch immer ganz, wichtig und Musik hören an sich finde ich auch sehr sinnvoll, auch für sich selbst, es kommt natürlich auf die Musik an, es sollte auch eine Musik sein, die einem selber liegt und vielleicht auch mal was Neues ausprobieren und Aktives Hören, darum würde es dann gehen, wenn wir sagen, wir wollen unsere kognitiven Fähigkeiten so ein bisschen kitzeln, nicht das Radio nebenher beim Kochen, ist auch schön, aber das ist dann natürlich nicht die Aktivierung, die wir möchten, sondern aktives Musik hören und sich wirklich darauf fokussieren, kann auch die konzentrative Belastbarkeit mitsteigern, wenn ich versuche, dahinter zu steigen, was möchte mir dieses Lied jetzt sagen, vielleicht auch mehrmals, Texte können auch gute Informationen mit sich bringen und auch die Informationsverarbeitung so ein bisschen rauskitzeln, wenn ich Texte höre, die ich verstehen kann und mir darüber Gedanken mache, ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Und natürlich auch als Ausgleich zum Entspannen, zum Runterkommen. Ja, und natürlich ist Musizieren toll. Ich weiß von einigen Patienten, die sind so glücklich, dass sie in ihrem Chor noch mitsingen können. Das ist soziale Interaktion, das ist Gedächtnis, das ist Stimmtraining, das ist ein wunderbares Rundumtraining zum Nulltarif. Also wer da früher im Chor war, sollte gucken, ob er da wieder anknüpfen kann oder ob er einfach dann sich vermehrt im Rahmen von Gottesdiensten am Gesang beteiligt. Das sind alles wunderbare Dinge, die ihrem Kopf kolossal helfen. Das stimmt. Und es macht Spaß. Ja, also das Fäbel, für welche Musik man dann schwärmt, das darf ganz individuell, man im einen Sinn Uhl ist, im anderen Sinn Nachtigall, das darf also komplett normal. Im Zweifelsfall setzt man sich einen Kopfhörer auf, wenn der Partner von der Musik gerade nichts hat, dann kann man das ja auch per Kopfhörer hören, ohne den anderen zu stören. Genau. Wenn man dabei den Rhythmus ja gerne auch im Nachgang Fragen stellen, sowohl bei Frau Pelle als auch bei mir, wenn jetzt aktuell keine dringenden Fragen mehr anstehen. Da wird noch geschrieben. Ah, okay, das Reisen, wunderbare Anregung für den Geist, die Kognition, die Orientierung, toll, man kann ja auch in fremden Städten mit Navigations-Apps immer sicherstellen, dass man sich nicht verläuft. Ich benutze die seit Jahr und Tag schon ständig, um mich da in neuer Umgebung möglichst zielgenau an das Wunschziel heranzubringen. Das kann man mit Reise-Apps sich so gestalten, dass man auch die Highlights von einer Stadtrundgang oder so dann bekommt. Also das ist eine gute Sache. Reisen bildet immer schon und das sollte man nutzen, solange die Lust dazu hat. Und sicherlich auch dabei das Programm nicht überfrachten. Alles in Ruhe und mit Pause. Immer wieder mal ein schönes Kaffee ansteuern und im Moment körperlich und geistig ausruhen, dann macht so eine Reise sicherlich sehr viel Sinn. Und dann natürlich bitte schön den Reisebericht und schreiben, damit das im Huntington-Kurier als Anregung aufgenommen wird. Die wahren Lehrmeister, wer es wirklich weiß, was Huntington ist, sind die Naturexperten, sprich die Betroffenen und ihre Familienangehörungen. Die klären uns professionellen Experten, was Huntington wirklich ist und wie man helfen kann. Noch zu den Orten, ich glaube, da gibt es keine Unterschiede zu Orten. Natürlich ist, wenn ich am Strand liege, auch in einer unbekannten Umgebung, Strand, wahrscheinlich ähnlich Strand, aber wenn ich was Neues erlebe, ist das immer gut und es ist immer eine Anforderung an unser Gehirn, neue Erfahrungen zu machen, mit allen zu verbinden, mit allen zu verknüpfen, zu integrieren und den Hinweis von, ich nehme mal den Vornamen Regina, den finde ich super, bei Erkrankten gehen auch gut Kreuzfahrten, da wird sich um alles gekümmert, man wechselt nicht die Umgebung zur Übernachtung, sieht verschiedene Orte und die Erkrankten und für die Erkrankten gibt es genug zu essen, das ist, glaube ich, wirklich eine Möglichkeit, wenn man sich das finanziell leisten kann, das ist ja auch immer so ein Kostenfaktor, die sich sehr gut anhört. Ganz wichtig auch bei Menschen mit schon körperlichen Einschränkungen, die Fluggesellschaften reißen sich ein Bein aus, zum Beispiel auch Rollstuhlfahrer an ihren Zielflughafen zu bringen, die kriegen einen erstklassigen Service, das habe ich auch persönlich miterlebt, mit meiner über 90-jährigen Schwiegermutter, die immer noch mit uns auf die Kanaren geflogen ist und da haben wir als Angehörige natürlich, wir wurden da nicht abgekoppelt, sondern wir durften dann diesen erstklassigen Service mit in Anspruch nehmen, also das war richtig gut und es gibt spezielle Hotels, die sich auf Reisende für Reisende mit Behinderung eingestellt haben, da mache ich Ihnen auch Mut, sich dazu informieren und solche Urlaube sind ein Gewinn für den Kopf, sowohl für den Betroffenen als auch für den Partner, da kann die Seele mal baumeln, da fühlt man sich richtig wohl, ich war mit meiner Frau mal auf Teneriffa in einem Hotel, was speziell für Menschen mit Behinderung gebaut wurde, von einem Hotelier, der eine MS-kranke Frau hatte und das war ein Wohlfühlurlaub der Sonderklasse, nur strahlende Gesichter, das Hotel hat natürlich auch Physiotherapie, Ergotherapie, jeder Mensch konnte da, egal ob Behinderte nicht, auch ins Schwimmbad kommen, Assistenz dabei, das war an allem da und das war wirklich für uns ein ganz entspannter und toller Urlaub, den ich auf meinem Lebtag nicht vergessen werde, also wer sowas erreichen kann, es gibt solche vergleichbaren Hotels sicherlich auch in Deutschland oder in Europa, sodass man da auch ohne Flugreise hinbekommt, das sind Dinge, die den Kopf kolossal unterstützen, die Seele unterstützen und je wohler man sich fühlt, umso besser arbeitet das das Gehirn. In Bezug auf die Kreuzfahrten noch der Hinweis, es gibt günstige Wochen, die günstiger sind als Hotels. Genau, da ist Regina ja auch, die ja auch aktiv in der Arbeit für Angehörige ist, jederzeit bereit von ihren tollen Erfahrungen zu berichten, kann ich nur empfehlen, da als Angehöriger sich auch da einzuklinken, um auch da gute Tipps zu bekommen, wie man sich den Alltag selber auch als Angehöriger erleichtern kann. So, noch eine längere Nachricht von Matthias, wenn der Erkrankte die Reise planen würde, wäre das ja eine Art Training, ja definitiv, auf jeden Fall, aber wenn der Erkrankte das nicht machen mag, weil zum Beispiel gedacht wird, der andere macht es eh immer, sollte man dann gar nicht versuchen, ihn oder sie das nochmal machen zu lassen? Man kann ja zusammen daran arbeiten, würde ich jetzt als möglichen Kompromiss da nehmen oder wir fahren jetzt einfach mal 200 Kilometer weit völlig ungeplant hinter dem dritten blauen Auto her oder so oder ist das schon eine Art Überforderung? Das ist natürlich immer eine ganz individuelle Frage, also wenn der oder diejenige sich überfordert fühlt, ist es natürlich wichtig, das zu kommunizieren und dem dann auch entgegenzuwirken, weil Überforderung bedeutet Stress und Stress bedeutet unserem Kopf geht es nicht gut und dementsprechend werden dann auch die kognitiven Fähigkeiten in Mitleidenschaft gezogen, wenn auch nur situationsbedingt, teilweise auch langfristig. Das bedeutet, Kommunikation ist hier immer das A und O und ja, Möglichkeiten anbieten, wie der oder diejenige sich einbringen kann, ist eine Idee. Allein so eine Idee zu finden, was würde ich denn gerne machen oder wovon habe ich irgendwie mal geträumt und was gibt es vielleicht für Möglichkeiten, das in der Nähe zu erleben. Bestimmte Dinge sind ja auch schon mal gute Hinweise. Wenn man so eine Idee hat, geht die Planung ja manchmal schon leichter von der Hand, als wenn man gar keine Idee hat. und bei diesem Planungsproblem, da gibt es schon lange gute Erfahrungen mit so einer Erinnerungsfunktion im Tagesprogramm, wenn man so einen Plan hat, aber den einfach aus dem Gedächtnis nicht abrufen kann, da kann man so was Einfaches machen, wie den Tagesplan oder Wochenplan gut sichtbar vielleicht an mehreren Stellen hinzuhängen oder noch schlauer ist es, das Smartphone zu nutzen, das dann rechtzeitig, wenn es fünf Minuten vorher wichtig ist zu erinnern, das und das muss passieren oder wenn es für die Minute genau erinnert werden soll, dann gibt es ein Signal, das kann man akustisch, visuell kombiniert machen, dann steht da oder hört man, das und das steht an zu tun. Damit weiß man, dass man bei Menschen, die kaum noch Erinnerungsvermögen haben, 80 Prozent der Aufgaben, die dann erledigt werden sollen, auch tatsächlich erledigt bekommt. Das ist ja nahe dran an dem, was wir Alltagsmenschen auch haben. Zehn Prozent Schwund ist bei mir garantiert. Ja, ja, das ist normal. Schon wieder was vergessen, geht morgen auch. Aber das ist eine ganz tolle Hilfe, da kann man sich gerade auch über die Neuropsychologen toll helfen lassen, die kennen viele solche sinnvollen Anwendungen im Smartphone, das ist also eine ganz große Hilfe und auch als Gedächtnisstütze für, was war denn, habe ich genommen, und ich erinnere einen jungen Patienten aus der Rehabilitation, der Makomar nehmen musste, um neue Gehirndurchblutungsprobleme zu vermeiden, aber Makomar darf man nicht zu viel und nicht zu wenig nehmen. Und um fünf Uhr nachmittags rief er immer seine Freundin auf der Arbeit, Schatz, weißt du, habe ich mal Makomar genommen, weißt du wie viel, die war ja nicht da, da war Verzweiflung auf beiden Seiten. Und die Lösung war, dass er sein Smartphone genommen hat, da reingeschrieben hat und da war er völlig verlässlich, hat er das um 16 Uhr, die Menge steht drin und da konnte er jeder selber nachgucken, ich habe erledigt, keine Sorge. Er war gerettet, sie war gerettet und solche Dinge kann man wunderbar mit der Neuropsychologin besprechen und organisieren, das erleichtert den Alltag kolossal und bringt sie raus aus dem chronischen Stress. Wir alle haben momentan in dieser Welt zu viel Stress, man darf ja gar keine Nachrichten mehr sehen und deswegen probieren sie in ihrem privaten Umfeld den Stresslevel so gering wie möglich zu kriegen und vor allen Dingen die chronischen Stressoren abzustellen. Sei es, dass sie Hilfe von außen kriegen oder 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 und da hilft das Gespräch sicherlich mit Neuropsychologen sehr gut oder einem Psychotherapeuten, der sollte auch über Stress bestens Bescheid wissen und das ist klar, dass auch der Nervenarzt auf dem Gebiet eigentlich gut informiert sein sollte, aber das ist natürlich ein bisschen schwierig bei Ärzten, auch die Fachärzte sind ja fast schon im Fünf-Minuten-Modus angekommen, weil es sonst bei dem System, wie die Kassenmedizin organisiert ist, ja fast kein Überleben für so eine normale Praxis gibt. aber das geht anders beim Psychotherapeuten oder beim Neuropsychologen, der kriegt die Zeit bezahlt, die er mit dem Patienten arbeitet. Wie sich das auch für Ärzte gehört, aber das System geht dringend Reformbild, aber ein anderes Thema. So, hier ist noch ein bisschen was geschrieben worden in Bezug auf diese Urlaubsplanung. Ohne Plan wäre mein Mann nie mitgefahren, das wäre zu viel gewesen in einem späteren Stadium. Planung ist schon vor den großen Symptomen nicht möglich gewesen, aber selbst Packen mit Packlisten, das ging noch ganz lange. Das ist zum Beispiel ein super Beispiel für so eine Aufgabe, die, ja, wenn sie bewältigt werden kann, auch wirklich gutes Trainingspotenzial birgt. Das mit dem Stress gilt dann nicht nur für eine Überraschungsreise, sondern zum Beispiel auch für das Üben mit einer App. Wenn nach einer Minute schon die Lust fehlt, weil es nicht klappt und Frust entsteht, dann besser Pause und morgen nochmal versuchen, ja, ja, lieber eine Pause machen, vielleicht auch eine Alternative erstmal suchen, um mehr Erfolgserlebnis zu bekommen und am nächsten Tag dann die Lust wieder vielleicht neu entstehen zu lassen. Wenn man das mit dem Smartphone rechtzeitig trainiert, geht das super, über WhatsApp kann man sich wichtige Infos gut austauschen, dann kann der Erkrankte das immer nachlesen, das ist auch eine super Idee. Wenn Stress so sehr schädlich ist, dann müssen die Schalkedauerkarten wohl abgeben. Das ist auch ein chronischer Stress, von dem ich auch eine Zeit lang betroffen war. aber, ja gut, dann haben wir schon Handel, wir nehmen sie, super. Sehr schön. Ja, also, das ist wichtig, dass Sie sich über Stressoren im Bilde sind und gucken, was kann die chronischen Stressoren reduzieren, hilft meist schon, oder noch besser eliminieren, das ist schon klar. Das ist ganz wichtig. Ja, bei diesen Apps, da soll bloß kein Frust aufkommen, bloß nicht. Das soll nicht neuen Stress machen, das soll Spaß machen und die guten Apps sind auch so konstruiert, dass der Mensch zwei Drittel Erfolg hat. Nur Erfolg ist langweilig, das fordert mich auch nicht. Aber wenn drei Viertel Niete ziehst und sagst, auch schon wieder nichts, das macht auch wieder Frust. Nein, eine gute App, das weiß man von der Lernpsychologie und Lerntheorie, da muss mindestens zwei Drittel Erfolg garantiert sein, sonst ist die falsch konstruiert. Dann kann man sie vergessen, muss man dem Entwickler sagen, du musst nochmal die Schulbank drücken und das nachbessern. Bei der Neuronation MedApp, da habe ich auch mit den Entwicklern gesprochen, da sieht es so aus, dass man zunächst einen Test macht, dann auf einem bestimmten Level einsteigt und die haben auch ganz klar gesagt, die arbeiten nur mit positiver Verstärkung. Auch wenn man vielleicht ein paar Tage das nicht trainiert hat, hört man noch nicht mal so was wie, wir vermissen sie, was ja schon negativ wäre, sondern haben sie vielleicht heute Lust. Also das ist wirklich, fand ich vom Konzept her, unglaublich schön gemacht, sinnvoll gemacht und da ist es auch so, wie bei den anderen Apps, da steigt man immer mit dem einfachsten Level ein natürlich, aber bei diesen Neuronationen ist es so, dass sich auch aus den Tests, die man macht, heraus das Level erstmal entwickelt und auch immer wieder je nach Leistung angepasst wird. Und das sollte bei guten Apps auch so sein, dass es auch vielleicht einen Schritt zurück geht, um wieder ein Erfolgserlebnis zu ermöglichen und wenn ich dann alles richtig mache, nicht unterfordert bin, sondern das Level dann gesteigert wird. Im Chat noch die Info für das nächste Online-Treffen für Angehörige am Freitag, 5. 7. 19 Uhr mit der E-Mail-Adresse, wo man sich anmelden kann. Warten wir noch auf Nachrichten. Ja, viele wertvolle Informationen liefert die Deutsche Handlinge-Hilfe über die Webseiten, zwar in schriftlicher Form. Die Geschäftsstelle ist immer montags bis Donnerstag besetzt und im Falle von seelischer Krise gibt es auch eine sehr handig und erfahrene Psychologin, die da mit Rat und Tat zur Seite steht und dann bei medizinischen Krisen dringenden Fragen ist ja mein Funktelefon jederzeit. Greifbar nur und Tiefschlaf höre ich nicht, aber in der Regel kommen die Anrufe zu einer vernünftigen Tageszeit bei mir an. Sehr gut. So. Ja. Jetzt glaube ich, sind die wesentlichen Fragen gestellt oder Anmerkungen gemacht. Im Nachgang gerne E-Mail an Frau Meller oder an mich oder Anruf mal der Geschäftsstelle. Angehörige gerne im Austausch mit Regina Behrens und der Gruppe dort. Okay, dann dürfen wir Sie in einen schönen Nachmittag entlassen. Ja, eine Verabschiedung gab es schon aus dem Chat heraus. Da warten wir jetzt noch mal eine Minute und dann darf ich mich auch verabschieden. Vielen Dank für Ihre und Eure Aufmerksamkeit. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sehr viele tolle Fragen, auch gute Ideen im Nachhinein noch. Dafür ist die Austauschphase finde ich immer unglaublich hilfreich und ganz, ganz sinnvoll. Genau, ja, auch von meiner Seite aus danke und nur noch 26 Grad. Das ist doch auch gut. Sehr schön. Okay, vielen Dank, liebe Frau Peller. Tschüss. 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 Tschüss.